Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ist ja schon wieder ein paar Tage her seit dem letzten und ja, es hat sich was Neues ergeben und zwar war mein Fuß nicht gebrochen, sondern nur angebrochen. Also momentan laufe ich noch mit so Bandagen rum, aber das geht einigermaßen und ja, bald bin ich wieder auf dem Damm und ja. Ja, der aktuelle Stand sieht so aus, das letzte Video hieß ja auch so, dass ich auf Server 1 keine Pilze mehr habe und da ich die Pilzaktion an Weihnachten, da hatte ich einfach keine Zeit und auch keinen Bock zur Tanke zu fahren und so und da hatte ich ja eben das mit meinem Fuß und da konnte ich auch schlecht zur Tanke fahren und ja, also habe ich da jetzt erstmal keine Pilze mehr und ich habe mich so erkundigt und die nächste Pilzaktion wird wahrscheinlich erst im Februar sein, genauer am Weihnachtstag. Und ja, das wäre halt ziemlich blöd, weil das ist über einen Monat und so lange würde ich jetzt eigentlich nicht gerne auf die 300 Alu verzichten. Und ja, dann einen kleinen Moment, ich schaue schnell etwas nach. Jo, ich bin wieder da, habe schnell was geschaut. Ja, und jetzt habe ich aus Versehen auf G, die geklickt, das heißt, ihr seht gerade den Kampf von Raubritter gegen Blutpfad. Und da klicke ich jetzt einfach mal auf Überspringen, bis ich dran bin. Und ja, der Kampf ist nicht sehr spannend, da es jeden Tag derselbe ist. Und ja, soviel zu meinem Fuß. Also ist jetzt alles wieder normal und ich kann auch wieder laufen und so. Und, uh, hier hat ein 249er besiegt, nicht so toll. Der Kampf würde ewig dauern, deswegen überspringen und natürlich ein leichtes wie immer gewonnen. Und ja, genau, ähm, also das ist wieder in Ordnung. Und ja, dann gibt es noch eine neue, oder eine neue Neuigkeit, eine neue Neuigkeit, ja genau. Ähm, zu Server 25, zu Dreamscapes vielleicht-Projekt, wobei es jetzt eigentlich schon komplett sicher ist. Ähm, also jeder redet schon drüber und so und vor allem auf Server 20 halt, weil da bin ich ja momentan auf Raidhilfe in seiner Gilde. Kann ich auch mal schnell zeigen. Ähm, hier bei den Magic Reams. Und ja, momentan Rang 21, ich habe mich wieder ein bisschen hochgekämpft in der Ehrenhalle. Ähm, ja genau, also da redet jetzt schon jeder über das Projekt, sodass es eigentlich schon sicher steht und der wird es wahrscheinlich auch machen. Ja, kennt ihn ja. Und ja, dann hat mir Dark Magic, den kann ich auch mal zeigen. Ich glaube, jetzt ist es ein Gaten Raid. Ist es ein Gaten Raid? Ach, verdammt, immer kommt der Kampf dazwischen, das hasse ich so. Jetzt hasse ich Gold Bunker noch mehr als vorher. Den verlieren wir eh, haben wir momentan keine Chance, gegen die nicht mal vereint. Und ja, wir sind bei Raid 44, den werden wir vielleicht noch schaffen und danach ist leider Schluss. Dann gehen wir alle zu, ähm, Dungeonless zurück. Die Gildeneinladung ist schon da. Und ja, genau, äh, Dark Magic hat mich, hat mir schon versichert, dass ich einen sicheren Platz habe. Also, in der Gilde bei Server 25 sollte ich mitmachen. Das heißt, ähm, ja, also irgendwie habe ich schon richtig Bock drauf. Und ich würde auch jetzt schon anfangen, aber leider startet der Server erst in einem Monat. Ich glaube sogar ziemlich genau am 8. Februar, weil es dann, das sind immer 49 Tage, also sieben Wochen. Und halt, das wäre dann genau der Freitag, glaube ich. Ich weiß es nicht sicher. Verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber es dürfte der 8. Februar sein, wobei ja der Termin eigentlich immer erst einen Tag vorher bekannt gegeben wird. Und ja, also einen sicheren Platz hätte ich wahrscheinlich. Ja, und deswegen wird es dann wahrscheinlich so aussehen, dass ich schon mitmache, trotz des Kriegers. Also eigentlich habe ich jetzt überhaupt keinen Bock auf Krieger, vor allem ja wegen der Pleite auf Server 23, da wo es ja extrem schlechter Server ist und so. Ich bin Rang 95, obwohl ich mindestens schon über 1000 Alu einfach nicht gemacht habe. Und das ist eben sehr schlecht. Also wenn man sich mit, wenn man einfach mal ein paar Tage 300 Alu ausfallen lassen kann oder vielleicht sogar eine ganze Woche und dann immer noch in den Top 100 ist, dann ist es einfach ein schlechter Server, weil ja, dann heißt es ja eigentlich, dass es, ja, es gibt vielleicht 80 Leute, die wirklich durchgehend ihre 300 Alu zocken. Das heißt, die hier, die wohl hier alle so in meinem Bereich sind, heißt es, dass die auch öfter mal die 300 Alu nicht machen. Und das ist halt nicht so gut, weil dann sind es einfach zu wenig 300 Alu-Spieler und ehrlich gesagt habe ich auch gar keinen Bock mehr auf den Server. Rang 37, die geht es, gehen immer mehr Leute. Kann ich ihnen nicht verübeln. Der Server ist extrem schlecht und ich werde wahrscheinlich komplett aufhören, weil es einfach null Spaß macht und 300 Alu wird es hier einfach nicht lohnen. Also ich werde es vielleicht schon noch weitermachen, aber ja, der Char wird dann sozusagen komplett nichts mehr machen. Also den werde ich dann komplett wie die anderen 100 Alu-Chars einfach nur nebenbei spielen und da hauptsächlich arbeiten. Und ja, deswegen werden hier dann außer heute noch keine Videos mehr drüber kommen, höchstwahrscheinlich. Vielleicht noch ein paar Turm-Videos, aber da bin ich momentan eh noch zu low dafür. Und ja, der Greif hält jetzt noch 162 Tage, was irgendwie voll mies ist, weil ja, die Pilze kriege ich nicht wieder zurück, aber ich bräuchte sie eh nicht, weil ich hier nie wieder Geld reinpumpen werde. Und vor allem nicht, wenn ich auf Server 25 wieder ein Krieger spiele. Eigentlich kann ich den Char sofort löschen, weil es bringt einfach nichts mehr. Werde ich mir noch gut überlegen. Es sind einfach 100 Euro, die dann weg sind. Also sie sind so oder so weg, aber naja, mal sehen, wie ich das machen werde. Nun gut, also in dem Video geht es jetzt eh nicht eigentlich so darum. Ja, auf Server 1, wie gesagt, ich werde bis zum 6. warten, da ja noch Feiertag ist. Und meistens sind Pilzaktionen an Feiertagen. Eigentlich immer. Naja, gut, meistens. Ja, und es könnte sein, dass da noch eine ist. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe einfach drauf. Es sind eh nur drei Tage, wo ich jetzt keine 100 Alu mache. Die Tränke halten noch. Einen Tiger musste ich mir leider holen, aber naja. Ja, hier werde ich jetzt dann ein paar Turmetagen machen. Mit den restlichen sieben Pilzen. Und ich glaube, ich kann die Chars noch upen. Oder ich habe es vorhin gemacht. Deswegen ist das Gold auch nicht bei 10 Millionen. Genau, deswegen habe ich es vorhin gemacht. Und ja, ich wollte ihn einfach nochmal herzeigen. Der Turm, bei mir lag gerade der Browser ein bisschen. Keine Ahnung warum. Und ja, sieht nicht besser aus als vor fünf Tagen war es. Weiß ich nicht mehr so genau. Ja, ist jetzt ziemlich blöd. Deswegen nochmal den Dungeon probieren. Das ist jetzt die Düse der Panty Raider, genau. Da hatte ich einen Versuch dabei. Da habe ich echt gedacht, gut, dass ich nicht aufgenommen habe. Weil da hätte ich jetzt echt Bock weiter zu pilzen. Aber dann waren die Pilze eh leer. Aber trotzdem, da hatte der echt nur noch, ich glaube, 500.000 oder so. Das war echt krass. Da habe ich mich echt geärgert. Aber ich hätte es dann nicht auf Band gehabt, sondern nur ein Screenshot. Und das wäre dann auch nicht so gut gewesen. Und ja, und er fällt nicht. Oder ich habe sogar noch einen Pilz. Nein, fällt nicht. Ja, also drei Tage noch 100 Alu. Das ist jetzt eh egal, ob ich die Pilze habe oder nicht. Das Reittier hält eh noch. 13 Tage. Und ja. So viel zu Server 1 zu sagen. Gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich kann noch einen Arena-Kampf machen gegen irgend so einen Typen. Donny. Oh, der hat gute Tränke. Mal schauen, ob ich den schaffe. 1a. Danke, Donny, für das... So, das gehen kann ich auch noch. Ist auch nicht so viel. Leider. Ey, yo. So viel zu Server 1. Und ja, Server 20, genau. Ja, wie gesagt, da werde ich dann höchstwahrscheinlich trotzdem mitmachen. Ganz einfach, weil ich mal bei Dreamscape mitspielen will. Also ich habe das jetzt noch nie, außer jetzt bei Raid Hilfe, mit ihm in der Gilde gezockt. Oder allgemein beim Projekt von ihm mitgemacht. Weil ich habe es entweder verpasst oder hatte irgendwie schon auf dem Server angefangen, wie es hier auf Server 20 der Fall war. Und ja. War eben blöd. Äh, ja. Hier wollte ich jetzt eigentlich den Dungeon durchpilzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bis 275 warten soll. Also, ich wollte jetzt eigentlich ihn fertig machen. Ich könnte nach dem Bogen ausrüsten. Aber, ich weiß nicht, aber ich glaube, sieben Stufen wären es noch. Und ich glaube, dann gibt er einfach nichts mehr. Weil wenn ich hier jetzt mal schaue, 268. Der ist ein Level niedriger und hat ihn schon. Und das heißt ja, dass er, ja, ein Level Rückstand hat, obwohl ich einen Dungeon weniger habe. Das heißt, wenn ich den jetzt reinigen würde, dann wäre ich wieder, naja, vorne nicht, vorne dabei nicht. Aber, ja, ich wäre wieder besser mit drin. Also, ich wäre wieder ein bisschen höher. Fast 270 wahrscheinlich. Oder falls es so viel gibt, ich weiß es nicht. Ähm, wo ist's? Ah, der Versuch war knapp. Der, solche Versuche könnte es öfter geben. Gibt es aber leider nicht. Oh, noch knapper. Ist dann fast so knapp wie bei meinem Mage. Die 900.000 waren's. Äh, das wird jetzt hier eine olle Klickerei. Und ich weiß jetzt nicht genau, was ich sagen soll. Ähm, ja, ich könnte noch jetzt, woher... Leck mich doch, ey, echt. Ich hab's doch satt, Mann. Wie mich das Spiel einfach nur verarscht. Hier ein Glücksepik. Oh, ist das 2 Millionen Gold wert? Hm, hm. Na, egal. Ähm, ja, das ist jetzt, äh... Blöd. Oh nein. Oh nein. Ein Mage. Nein. Nein. Oh Mann. An dem werde ich ewig hängen. Das kann ich euch versprechen. Den werde ich ewig nicht schaffen. Ich kann's mal mit dem Bogen probieren, aber... Oh, jetzt kann das so ein Kampf ansehen, aber... 2 Millionen mit einem Schlag. Oh. Oh, doch, nicht 5 Millionen, ey. 5 Millionen Crits. Davon träumt ja jeder Kundi oder auch Mage, je nachdem. Ähm, jetzt kann ich hier noch ein paar Versuche machen. Äh, ja, genau. Zum Serverstart, ähm, welche Klasse ich bevorzuge. Das hab ich, glaub ich, noch nie wirklich gesagt. Also ich erwähne's immer wieder, welche Klasse ich überhaupt nicht leiden kann. Oder welche mehr oder weniger. Je nachdem, wie ich grad drauf bin und je nachdem, welchen Server ich grad spiele und so weiter. Also bevorzugen tue ich natürlich den Magier, weil er einfach am meisten Spaß macht. Und vor allem beim Serverstart ist der richtig geil. Also wenn man anfängt halt, Serverstart hab ich mit Magier noch nie gespielt. Ähm... Ja, aber insgesamt, find ich, ist der Magier trotzdem am besten. Und gleich danach kommt der Kundi, ganz einfach, weil der so schnell levelt. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Also er levelt halt sehr schnell und das macht halt einfach riesig Spaß, dass man dann am Anfang durch den Levelvorsprung einfach immer gut in der Ehrenhalle ist. Egal, was man macht eigentlich. Also, das ist ein richtig krasser Fail grad gewesen. Meine Maus freeze dann dauernd ein, keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja. Beim Serverstart ist der eben richtig gut. Und mir fällt grad auf, ich hab genau 8 Millionen Leben. 8 Millionen 100.000, um genau zu sein. Und ja, also beim Serverstart ist der natürlich richtig geil. Und welche Klasse ich jetzt am wenigsten mag, beziehungsweise momentan am wenigsten mag, weil das jetzt einfach durch Server23 so einen schlechten Einfluss auf den Krieger hat, ist ja der Krieger. Also, das Problem ist halt, er levelt am langsamsten und der ist eigentlich auch in der Arena am schwächsten. Erst mit Stufe 250 oder so kann der sich in der Arena behaupten und mal in die Top 10 kommen. Aber vorher ist da gar nichts und der ist richtig schwach eigentlich. Weswegen ich jetzt Krieger nicht so bevorzuge. Weil so, also wenn 50 Leute auf einmal einen Krieger spielen, dann ist das natürlich was ganz anderes, weil es dann einfach einfach nur ein Kriegerserver ist. Und ja, ähm, genau. Deswegen Magier Nummer 1, Kundi Nummer 2, Krieger Nummer 3. Deswegen sind auch meine zwei besten oder meine zwei aktivsten Chars auch Kundi und Magier. Der eine ist sogar recht gut. Danke. Ja, ähm, ja genau. Hier kommt's, spar dir das für, spar dir was für Level 275 auf. Hm, hm. Ja, ähm. Das ist es halt. Also der hat mir jetzt, ich glaube, ein Level und ein Viertel gegeben. Also ein Level und ungefähr das hier. Und das ist halt einfach nicht viel. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, mit 268 noch sieben Level gewartet. Dann hätte mir der ein halbes Level gegeben. Und ganz ehrlich, so krass sind die Bremsen noch nicht. Die erste richtig extrem heftige ist die 300er. Und die ist wirklich so krass, dass man danach den Unterschied zwischen XP-Bremse und normal gar nicht mehr merkt. Weil ab 300 ist einfach der Bereich, wo man die Quests hat, die ich jetzt hab. Also, oh, Startwache. Aber Quests hat, also wenn ich jetzt so eine 2 Millionen Quests hab, ohne Erfahrungsevent, dann ist das bei Stufe 314 oder 15 extrem gut. Also das ist schon so, dass die Erfahrung mit 300 dann einfach komplett den Bach runter geht. Und da ist es einfach nur noch ein Ausdauerspiel. Also wer am längsten spielt, ist auch der Höchste. Und ja, das war's jetzt erst mit 2.20. Ich werde den nicht weiter probieren, weil, ähm, ja, man hat's ja gesehen. Ist nicht grad positiv, was da so abgeht mit dem Magier. Den werde ich mir, den werde ich mir wahrscheinlich schon für 275 aufheben. Ganz einfach, weil ich ihn vorher auch nicht schaffen werde, bevor, äh, ohne dass ich irgendwie, ja, 300 Pilze oder so reinballer. Und ja, dann hier seht ihr es ja schon. Ich hab noch ein paar Pilzchen und die wollen ja auch noch ausgegeben werden, da ich ja jetzt hier eh nicht, äh, mehr viel mache. Und ich hab mir schon überlegt, genau aus dem Grund, ich hab keine richtige Waffe mehr. Und ich werde mir wahrscheinlich eine Epic-Waffe jetzt abblättern, falls ich eine finden werde. Also ich schau dir die Items gar nicht richtig an. Ähm, es geht hauptsächlich um die Waffe. Falls ich was Gutes finde, rüstere ich es natürlich aus. Das, oh, das hat eine extrem gute Rüstung, das Teil. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich genau an Gold kommen sollte. Jetzt müsste ich meinen Dungeon noch ein paar Mal probieren. Habe ich seit, äh, 6 oder 7 Level aufgespart. Also, müsste eigentlich schaffbar sein. Ich hab auch nicht mehr so viel an die Gilde gespendet, da wir die mit den Raids, die schaffen wir einfach nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt nicht so sinnvoll, da 100% zu spenden, wenn es eh nur rumliegt, das Gold. Oh, der war schön. Ja, trotzdem mal weiterblättern. Es sind ja nur 10 Punkte und ein bisschen Rüstung. Also es geht mir jetzt hauptsächlich um die Waffe, die kann ich dann auch verkaufen. Uh, uh, die Waffe ist gut und die kostet 58.000. 58.000, die ich nicht habe. Mhm. Das sind, warte, wie viel sind das? 19.000. 19.000. Stall, kann man auch nochmal schauen, wie viel ich da eigentlich kriege. 11.000. Wow. Ich glaube, das war mal mehr. Ja gut, dann ist es egal. Dann habe ich da einfach... Ah, nee, einen Turm wollte ich nicht. Oder? Habe ich hier noch eine gute Waffe? Hm, ist die gut? Nee, die ist schlecht. Äh, ja, genau. Also, ja, egal. Dann werde ich den einfach mal so probieren, weil machbar wäre eigentlich... Oh, ist das ein Kundi? Mist, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein Krieger. Wegen der Waffe wieder. Die meisten Kundis haben voll die Kriegerwaffen und es gibt auch im Mage die Mordmaschine, die eine Kundi-Waffe hat. Und das verwirrt ja am allermeisten. Ich denke immer, dass das ein Geschickgegner ist. Und immer, wenn ich da wieder an dem Bereich ankomme, wo die Mordmaschine ist, also Dungeon 8, Etage 10, falle ich immer wieder darauf rein, dass das ja eigentlich ein Mage ist. Sondern da bin ich meistens falsch ausgerüstet. Und der fällt jetzt einfach nicht... Ja, was ist denn das? Ja, wie gesagt, werde ich jetzt hier eh nicht mehr viel machen. Der Server sackt einfach extrem. Es ist null Antriebspunkt, weil da nur 90 Leute sind, die besser sind als ich. Und ganz ehrlich, 90 Leute, weißt du, 25 wäre es dann so, dass wir 49 Leute wären, die schon alleine die Top 50 bilden würden, wenn es keine andere Gilde geben würde. Und da man auf Server 20 ja ganz gut oben mitspielt, habe ich auch mitbekommen, dass da einige weitere Projekte laufen. Steens und Wubo Sela, beide auf Server 20. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen sagen sollte oder nicht. Weiß nicht, wie die so dazu stehen. Egal, auf jeden Fall. Verboten ist es ja nicht. Ich könnte ja auch durch Zufall Wubo Sela und Steens sagen. Wubo Sela und Steens auf Server 20. Ja, genau, auf jeden Fall. Wollen die da auch eine Gilde gründen? Haben die eh nie in Char-Beschreibung entstehen? Also es ist öffentlich ja so. Oh, war der knapp Mist, ey. Ähm, ja, genau. Also auf jeden Fall haben die da auch so ein Projekt laufen und wollen eine eigene Gilde machen. Und gegen, ich betone gegen, Dreamscape spielen. Der hat schon eine Nachricht bekommen von Wubo Sela und ein paar andere von Magic Dreams auch von ihm. Dass er sie erbittert, ja, bekämpfen wird sozusagen. Und das heißt ja, dass wir eine Top-Gilde schon gegen uns haben. Das heißt, es sind schon 100 gute Leute, die wir da wahrscheinlich anfangen werden. Und durch Dreamscape, der einfach das Marketing-Objekt Nummer 1 ist, weil er da einfach eine Shakes-and-Fidget-Legende ist. Das kann es ja jetzt echt nicht sein. Noch ein Pilz übrig und eine Epic-Waffe. Ich könnte heulen, ich könnte echt heulen. Und dann ist es ein Stärke-Gegner und das war der letzte Pilz. Ja, was auch sonst. Ja, ähm, wie gesagt, durch Dreamscape, weil er einfach eine Shakes-and-Fidget-Legende ist, werden da so viele Leute anfangen. Und Dark Magic auf Server 20 hat mir auch noch gesagt, wir quatschen ab und zu mal ein bisschen. Ähm, dass bei Server 20, also mit einer Null am Ende und mit einer 5 am Ende, das heißt Server 25 logischerweise, ähm, heißt das ganz einfach, dass da so viele Leute anfangen. Ganz einfach aus dem Grund, da Leute, es gibt halt Leute, die denken, es ist irgendwie Karma, Schicksal oder Bestimmung oder so, dass sie halt auf Server 5 spielen, auf Server 10, auf Server 15, auf Server 20 und jetzt dann auf Server 25. Und, ähm, ganz ehrlich, solche Leute gibt's sogar wirklich. Also ich kenne einen, der spielt wirklich auf Server 5, 10, 15 und 20. Ich weiß nicht, ob er auf Server 25 anfängt und der spielt auch nicht auf jedem 300 Alu, aber er spielt wenigstens genau auf diesen Servern, also. Zufall oder nicht? Das verrät uns gleich das Licht. Ähm, nein, tut's nicht. Aber egal, auf jeden Fall, ähm, wird das dann so ablaufen, dass wir dann schon eine Gilde gegen uns haben und dass ich da wahrscheinlich mitmachen werde und dank Dark Magic oder Dreamscape, ich weiß nicht, wenn wir den Platz gesichert haben, oder zumindest mich in Erwählung gezogen hat, dass ich bei Top 21 gut sein würde für eine Top-Gilde, ich weiß nicht, wer das war. Ähm, nee, ist natürlich nur Spaß. Äh, ja, danke an dich, namenloser oder vielleicht Dark Magic, wie je nachdem. Ja, und da werde ich dann höchstwahrscheinlich mitmachen, es sei denn, ich habe irgendwie einen Autounfall oder was weiß ich, irgendwas, dass ich 10.000 Euro verliere und überhaupt kein Geld mehr will. Das Spiel habt ihr dann natürlich nicht, das könnt ihr euch ja irgendwie denken, logisch. Und ja, das hier ist Server 20, Server 23, was ist das hier noch? Das ist Server 14, okay. Ja, da habe ich jetzt zwar nur 13 Pilze, ja, und ihr könnt euch trotzdem wieder Turmetagen machen. Meistens komme ich da ja gar nicht weiter, weil ich einfach kein Gold mehr dafür habe. Äh, kein Gold mehr? Ja, sonst sage ich dann keine Pilze mehr. Jo, und dann, ich merke gerade, bei mir klingelt ja das Telefon, das heißt, eine kurze Unterbrechung. Ihr seht das jetzt überhaupt nicht, bei euch sind es zwei Sekunden, bei mir fünf Minuten, bis. Äh, jo, back in time, ich bin wieder da. Und, ähm, ja, wie gesagt, werde ich jetzt einfach mal ein paar Versuche wagen. Äh, es ist ein Kondi. Und, jo, fällt beim ersten Versuch, so sehe ich es gerne. Und, Kondi, Epik-Schuhe, kann ich nichts falsch machen. Ja, genau, ein Thema, das ich schon lange mal ansprechen, noch ein Kondi und wieder geschafft, was ich schon lange mal ansprechen wollte. Ich habe mal ein Turmetagen-Video gemacht, als das wirklich noch top aktuell war. Also wirklich, das war brandneu, das war da wirklich erst ein paar Tage alt, das mit dem Turm und so. Da gab es noch auch ein paar Bugs und so weiter, das wurde jetzt das meiste davon gefixt. Ähm, ich kriege immer noch Kommentare unter diesem Video. Ich weiß nicht, ob die mich dauerhaft schauen, oder ob die nur dieses Video sehen, dann kann ich sie nicht veröbeln. Wir wissen ja nicht, dass ich es schon längst weiß. Aber ich habe es auch in den Kommentaren darunter geschrieben. Ich weiß, dass ich mich in dem Video vertan habe. Ich weiß, dass ich dem Kondi Int-Items ausgerüstet habe und dem Krieger Geschick. Ich weiß es, ich habe es verstanden. Ihr müsst da nichts mehr drunter schreiben. Ich habe da irgendwie mehr Kommentare als Daumen hoch oder Daumen runter zusammengezählt. Es ist einfach, ich habe es verstanden. Ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mir leid, aber es ist einfach, keine Ahnung. Irgendwie, wenn man einmal einen Fehler macht, bereut man es ein paar Monate lang. Weil das Video ist jetzt schon ewig her. Ist allerdings mein beliebtes, das ist komischerweise wahrscheinlich nur, weil sie sich da über mich lustig machen können. Ja, also wie gesagt, ich habe es verstanden. Ich bemühe mich, dass ich hier nichts mehr falsch ausrüste. Jetzt zum Beispiel ein Geschick. Oh, jetzt ist es wieder falsch gemacht. Ein Geschickring, dem rüste ich natürlich dem Kondi aus. Und jetzt kann ich, oh, das waren Glücksschuhe, da war ja das Epiken notwendig. Jetzt kann ich hier, jetzt habe ich zwei Pilze verbraucht. Ähm, und, oh. Jetzt werde ich gerade in Skype angerufen. Kleinen Moment. Äh, jo, eine weitere Unterbrechung. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt echt nicht, wie viele Unterbrechungen das Video hat. Das tut mir leid, es kommt mir noch irgendwas dazwischen. Vielleicht hätte ich Skype und Steam und alles weitere mal schließen sollen. Ähm, mache ich normalerweise auch. Das war jetzt einfach nur etwas blöd. Äh, ja genau, ist ein Stärkegegner. Sollte gehen. Und, jo, ein Glücksitem. Ein Glücks... Oh, nein! Wie konnte mir nur das passieren? Jetzt habe ich echt... Mh, mein Gott, jetzt habe ich echt hier... Ach, irgendjemand in Skype nervt mich schon wieder. Ja, extrem. Schreibt mir die ganze Zeit irgendwas. Sorry, Leute, es muss jetzt echt noch eine Unterbrechung sein. Äh, ja, ähm... Sorry. Äh, egal. Auf jeden Fall eine Glückswaffe, die werde ich jetzt vorerst noch nicht ausrüsten. Sei denn... Uh, das war jetzt ein netter Famer wieder. Äh, oh nein, das sind ja Kundischuhe. Mist. Aber ich glaube, die rüste ich jetzt trotzdem aus, weil die... Ich weiß, die Rüstung ist bei den Kundis egal. Das wird mir auch andauernd gesagt. Ich... Ich weiß es echt nicht. Da steht ein Kommentar, auf den habe ich geantwortet. Und da schreiben zehn Leute genau dasselbe nochmal drunter. Und da erwarten dann irgendwie noch eine Antwort. Ähm, wenn ich eine Frage schon beantwortet habe, dann schreibe ich grundsätzlich nicht nochmal dieselbe Antwort drunter. Ganz einfach... Ich spame mich dann ja selber voll, sozusagen. Und ja, ähm, wenn es eine wirklich wichtige Frage ist, dann mache ich das schon mal öfter. Aber wenn es jetzt nur sowas ist wie, du hast das falsche Item ausgerüstet, dann werde ich da vorerst mal nicht antworten. Es sei denn, es kommt dann wieder irgendeine riesige Debatte, dass irgendwie eine fette Diskussion, nur weil ich das falsche Item ausgerüstet habe. Aber ist zum Glück ja noch nie passiert. Einen Mage, an dem werde ich jetzt wahrscheinlich versagen. Das dachte ich mir schon. Kundi und Krieger mal wieder in ihrer besten Verfassung. Jetzt war der Magier schwach und der Kundi gut. Die Krieger machen natürlich jetzt gar nichts, beziehungsweise fast gar nichts. Jetzt sind alle schlecht gewesen. So kann es auch gehen. Der war gut, der war gut, der war gut, der kommt noch besser und falsch. Jo, zwei Versuche noch. Das sind jetzt nicht viele. Oh, knapp, knapp, knapp. Welche Etage ist denn das? 32 schon, wow. Ja, ähm, wow, verdammt. Ich wollte es eigentlich ein bisschen besser und ernsthafter kommentieren. Ähm, naja, egal. Oh. Na gut, die Pilze, äh, ja doch, die Pilze sind wieder aus. Und jetzt wird es wahrscheinlich erstmal keine Turmvideos mehr von Server 14 geben. Da werde ich erstmal ein bisschen weiter leveln und so. Und, ähm, ja, dann, ich habe jetzt so eine ganze Leiste von Servern, die ich alle nach der Reihe durchgehe und irgendwas dazu erzähle. Und, ähm, ja, das ist jetzt Server 3. Da gibt es auch einen netten Gildenkampf. Oh, da habe ich mich nicht gemeldet. Schade. Das war auch eine Verteidigung, also haben wir die wahrscheinlich verloren. Oh, hätte ich mich gemeldet, hätten wir gewonnen. Ich hätte den 308er im Hintern getreten. Das ist natürlich nur ein Spaß. Äh, ja, was ich auch mal zeigen wollte. Äh, wo ist er? Ne, wo warst du jetzt? Oh, ne, das ist ein anderer Server. Oh, sorry, äh, falscher Server. Aber, egal, auf jeden Fall, äh, ja, das Dungeon-Projekt, äh, geht langsam zu Ende. Ich weiß, es wurde mir ein paar Mal per PN berichtet, dass, äh, wieso ich dann Sammelalbum habe. Ja, das habe ich mir am Anfang aus Versehen gekauft. Und tatsächlich kriegt man, wenn man einfach nur Gegenstände ausrüstet, ähm, ziemlich viel Sammelalbum. Also vor allem Wertgegenstände, weil ich auf den Schmuck besonders achte. Und dann habe ich nur ein paar Arena-Kämpfe gemacht. Aus irgendeinem Grund habe ich so viel Kriegersachen. Ich weiß gar nicht, warum. Bei Magier, seltsamerweise bei Magier, obwohl ich Magier bin, nur 52 und bei Kundi 68. Am Anfang habe ich noch relativ viele Kämpfe gemacht, insgesamt aber nur 500. Und damit ein Sammlerumfön, das scheint mir irgendwie unwahrscheinlich, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Dass das jetzt auf einmal so voll ist, ähm, auf jeden Fall. Vor allem, weil die ganzen Dungeons fehlen. Allein die Dungeons würden schon gut 7% geben. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben, 5%. Ähm, ja, aber, äh, ja, auf jeden Fall sind es jetzt noch 14 Stufen bis 150. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert. Das hier hat ungefähr, also die grüne Leiste, die man momentan sieht, bei 136. Die hat ungefähr, hm, wie lange war das? Jetzt muss ich echt überlegen. Einen, na gut, rechnen Sie mal in Alu um, sonst kann sich darunter keiner was vorstellen. Ähm, ja, 200 Alu sind es ungefähr. Das heißt, mit 300 Alu würde ich knapp ein Level schaffen. Das heißt, 3 Tage, fast ein Level, das wird dann immer weniger. Das heißt, es sind so 14 Level, 3 Tage pro Level, das wären dann 42 Tage. Da muss man doch umrechnen, dass es ein bisschen mehr braucht und es immer ein bisschen mehr wird. 50 Tage werden es höchstwahrscheinlich sein. Das heißt, ihr seht das extreme Dungeon Special Super Mega Video am 22. Februar. Äh, nein, so genau kann ich es natürlich nicht sagen, aber es wären genau 50 Tage. Es sei denn, ich habe mein Mathehirn zu Hause, obwohl ich bin zu Hause, äh, irgendwo liegen lassen und, äh, habe dann mich jetzt verrechnet. Aber eigentlich sollten es genau 50 Tage in etwa noch sein. Es sei denn, es wird echt krass, dass es dann irgendwie noch weniger Erfahrung gibt und ich dann mit 100 Alu irgendwie nur ein Viertel Level schaffe. Aber ich hoffe mal, so wird das nichts, da ich ja eine relativ gut ausgebaute Gilde habe. Jetzt habe ich aus dem Grund gemacht, den Spieler hier kenne ich von 20KXD. Ähm, er hat mich hier reingebracht und, ja. Äh, ganz einfach aus dem Grund, da ich den Goldschatz brauchte, aber es gibt neben außer Dreamscapes-Gilden keine Gilden, die wirklich nur Goldschatz auf 100% ausbauen, dann gar nichts mehr machen bei Erfahrung und, und oder Festung. Und, ähm, ja, deswegen bin ich bei der Gilde, deswegen habe ich halt auch den Erfahrungsbonus. Aber ich habe trotzdem 3030 Arbeitsstunden und 2500 Abenteuer und bin ja noch längst nicht Stufe 150, wie gesagt, 50 Tage. Das sind gut nochmal 300 bis 400 Arbeitsstunden und ich werde schon genügend Skills haben, um 90 Dungeons werde ich schon schaffen. Also den Rekord, ich weiß nicht, wo der Rekord liegt, das nimmt ja nicht jeder seine Dungeons auf, leider. Ähm, kann ich nicht sagen, wo der liegt, aber ich schätze mal, es sind so Stufe, hm, Stufe 140 bei Magier alle 90 Dungeons, schätze ich mal, ist so momentan der Rekord. Und besser geht es einfach nicht, weil sonst müsste man echt irgendwie 5000 Arbeitsstunden haben mit Stufe 140 ungefähr. Und das wäre dann doch schon ein bisschen krass, weil wir ja auch ein bisschen weiter kommen und nicht die ganze Zeit auf derselben Stufe bleiben. So, jetzt ist mein Mund, äh, komplett trocken geredet. Äh, zu zeigen gibt es hier nicht. Ich habe hier eine gute, was, ja, ich finde die relativ gut, eine gute Kundi-Waffe für den Turm aufgehoben. Werde ich natürlich mit 150 noch nicht gut, äh, machen können, weil ich ja, wie gesagt, dann, ähm, erstmal die Dungeons mache und das kostet ja auch ziemlich viel Geld. Und ich kann es dir nochmal zeigen, das sieht einfach so episch aus hier, überall noch 1 von 10. Ich muss mich da manchmal echt beherrschen und morgens, vor allem, wenn ich noch müde bin, klicke ich manchmal auf Dungeons, weil ich denke, ich bin auf einem anderen Server. Und da probiere ich es fast jeden Tag fast einmal, äh, umsonst. Also, ich würde eigentlich jeden schaffen, ich glaube sogar, ich würde jeden schaffen, bis auf vielleicht den Höllenzyklopen oder so, da bräuchte ich vielleicht zwei Versuche. Aber mit 14 Stufen dann noch wird es locker gehen. Und da werden alle mit dem ersten Mal fallen. Und ja, dann habe ich noch, äh, welchen Server? Oh, das ist, genau. Ich hatte mir sowas überlegt, ähm, ich habe jetzt gesagt, ich fange höchstwahrscheinlich auf Server 25 an. Allerdings hat Dreamscape noch ein zweites Projekt, also, das heißt, ein zweites Projekt, das hat vor genau, naja gut, nicht genau, aber circa einem Jahr gestartet. Die Gipfelstürmer auf Server 7. Und, ja, da, ähm, habe ich mich schon beworben, habe mir da schon Char steht, den seht ihr hier, jetzt kann ich es zeigen, jetzt bin ich enttarnt. Ähm, allerdings, jetzt kann ich mal hier die ganze Beschreibung mal löschen, das ist ein Unfug. Ähm, ja, das hasse ich auch, da mache ich mir ein Smiley rein. Ähm, ja, also, äh, ich hatte hier überlegt anzufangen, doch dann habe ich, kam das mit dem Urlaub, also, ich habe hier, wir haben Ende November angefangen. Und dann ist mir das mit dem Urlaub eingefallen und dass ich dann da nicht da gewesen wäre. Deswegen habe ich mir keine Pace of Guard geholt, dann habe ich mir den Fuß gebrochen. Dann habe ich mir wieder keine Pace of Guard geholt. Wie denn auch mit einem gebrochenen Fuß, äh, logischerweise. Äh, ja, und, ähm, dann habe ich eben hier den Char gehabt und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann gab es ein Problem mit dem Wing von Gipfelstürmern, das waren die alte Garde, die hat alle Leute rausgeworfen. Ich glaube, ich habe die Nachricht hier noch. XXS, warum nur, hier ist noch die Einladung. Ist natürlich nicht mehr gültig. Und, ja, ähm, wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Also, es hat Dreamscape auch erst in einem neuen Video gesagt. Ich weiß ja auch nicht, warum XXS das gemacht hat. Ich dachte eigentlich, dass die, oh, wieder eine Neugierde, oder? Nee, alles für die Katz. Äh, keine Ahnung, was er da jetzt drin macht. Wahrscheinlich nur wegen dem Boni, dass er, ähm, äh, nicht so hinterherhinkt, weil er ist ja auch ein 300-Datospieler und so. Und da wollte ich einfach mal fragen, was würdet ihr denn lieber sehen? Also, würdet ihr lieber das Projekt zusammen mit Dreamscape sehen? Vielleicht, ich werde ihn daraufhin mal ansprechen, werde ich da auch mal mit ihm quatschen zum Serverstart. An Tag 3, 4, 5, wenn nicht mehr Well und Hilton dabei sind. Ob ich da als Gast mit reinkommen könnte, vielleicht werde ich ihn das fragen. Jetzt heißt ja, wenn ich bei dem Projekt erst mitmache, also mitmachen sollte ich schon. Ähm, aber es ist eben so, dass ich mir überlegt habe, ich würde halt gerne Magier spielen und nicht immer einen Serverstart, weil wenn es wieder ein Reinfall wird, ist es wieder Geld, das zum Fenster rausgeworfen wurde. Und, ja, also ich bin auch nicht, äh, irgendwie Millionär oder so, dass ich mir das erlauben kann, bei jedem Serverstart einen totalen Reinfall zu erleben. Und, oh, da sind ja noch Tränke, da kann ich mir gleich noch mal schauen, was es hier an so einer Ausrüstung gibt. Oh, schade. Äh, ja genau, also, äh, Serverstart, wenn es wieder ein Reinfall wird, habe ich eben nicht unendlich viel Geld, dass ich da irgendwie noch was, äh, reißen könnte. Also, dass ich irgendwie genügend Geld habe, dass ich mir da irgendwie bei jedem Serverstart 100 Alu, äh, 100 Pilze, äh, 100 Euro Pilze für 300 Alu reinpumpe. Das kann ich mir echt nicht leisten, sorry. Ihr würdet das wahrscheinlich echt gerne sehen, wie ich mich bei jedem neuen Server bis 150 hochlevel und dann aufhöre. Naja, ich würde es auch gerne sehen. Ähm, ja, also wie gesagt, soll ich jetzt hier machen oder auf Server 25? Ich werde die Entscheidung nicht komplett euch überlassen, weil ich habe irgendwie Angst, dass es dann irgendwie das Ergebnis gegen meinen Willen oder so ist. Also, dass ihr mich sozusagen zwingt, auf Server 25 oder Server 7, 300 Alu zu spielen. Ne, so wird es nicht sein, aber ich werde es halt so machen, dass es eben, ja, dass es halt, ja, keine Ahnung, ich werde so 50% meine Meinung und 50% eure Meinung machen und dann irgendwie so ein Endergebnis fassen, was auch besser wäre, was pilzspanender wäre. Natürlich wäre das hier extrem, weil, okay, der Char hier ist jetzt nur so aus Spaß erstellt worden, ein paar Abenteuer, damit ich über den Pilz pro Tag kriege. Ein 20er-Reit hier ist natürlich alles nur so aus Spaß gewesen jetzt, aber wenn ich dann jetzt die 100 Alu, äh, die 3000 Pilze für 100 Euro für 300 Alu reinpumpe, dann werde ich natürlich extrem hart spielen, in die Wing-Gilde reinkommen, meinen Sammlein komplett hoch machen, das ist ja auf dem alten Server recht leicht, ähm, und dann natürlich probieren, in die Gipfelstürmer reinzukommen. Also in die Gilde, nicht in die Gipfelstürmer an sich. Und, ja, also, vom Pilzsparmodus, also vom Pilzsparenden her, wäre Server 7 die Alternative, vom Spaßfaktor her würde ich mal denken, dass Server 25 besser wäre. Und da hätte ich eben auch mal die Gelegenheit, bei Dreamscape in ein Video zu kommen, als Gast, oder eben auch nur mal so zum Quatschen oder irgend sowas, falls ihr das überhaupt wolltet, falls ihr das mal wollen würde, dass ich mal mit ihm rede, ich kann ihn mal anschreiben, falls er das dann auch will. Und, ja, wie gesagt, ähm, schreibt einfach irgendeine Kommentare per persönlicher Nachricht oder einfach In-Game-Nachrichten. Das Lustigste ist ja, ich kriege In-Game-Nachrichten, da schreibt mir irgendjemand, habt ihr ein Video gesehen, toll, und dann war es das auch schon wieder. Echt politisch gute Nachricht, richtig viel Text und so. Ich weiß nicht, ob ich so eine Nachricht noch habe, aber ich leere neuerdings, oh, jetzt sogar die Stadtwache aus, äh, ich leere, genau, ich leere neuerdings immer meinen Posteingang. Leider, ist ja auch so eins noch was. Oh, verdammt, die ganze Neujahrspost. Ähm, genau, da habe ich, ja, genau, da habe ich auch erst die Nachrichten gelöscht. Hier könnte noch was sein. Oh, hier könnte echt noch was sein. Ach, nee, es sind alles nur Gilden-Anfragen. Ähm, dann hier, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ist es halt so, dass ich dann, ja, also ich werde ingame öfter über meine Videos oder über YouTube einfach angeschrieben als in YouTube an sich, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich sehe mir gerade ein Video an oder habe einen Kommentar unter einem Video gelesen, Antworten drauf oder frage selbst etwas. Und dann, äh, schreibe ich dem nicht eine Nachricht, äh, einklickt, dann könnte ich ihm eine Nachricht schreiben. Nein, ich logge mich auf den, äh, auf dem Server ein, suche seinen Char, schreibe die Nachricht, sende sie ihm. Voll kompliziert, obwohl man eigentlich nur über YouTube, wo ich jeden Tag reinschaue, garantiert reinschaue. Und auch, ich antworte natürlich nur auf sinnvolle Kommentare, aber auch auf Kommentare antworte und vor allem auf persönliche Nachrichten, auf die antworte ich eigentlich immer. Oder ich beantworte zehn Videos, je nachdem. Und ja, also, macht's nicht so umständlich, schreibt's einfach unter das Video. Es ist leichter, weil da muss ich hier auf sieben Servern die Nachrichten alle zusammenpacken und irgendwie zusammensuchen und rechnen und was weiß ich noch alles. Und dann, da hätte ich eben alles auf einmal und könnte einfach einen Schlussstrich ziehen und das ausrechnen. Aber, ja, also was wollt ihr lieber sehen, Server 7 oder Server 25? Eure Entscheidung, halb 50%. Wie gesagt, naja, 60, 40, 70, 30, 80, 20. Okay, ich entscheide es allein. Äh, nee, Spaß. Ja, also, ich wäre schon geneigt, also eigentlich würde ich lieber Server 25 spielen, ganz ehrlich, ganz einfach wegen dem Dreamscape-Projekt, weil ich endlich mal eins machen würde. Das wäre zwar auch Reins, aber das wäre dann schon so, also es wäre schon ein Jahr her und, ja, das würde sich einfach nicht mehr lohnen. Da würde ich niemals noch aufholen. Also aufholen schon, aber eben die ersten Leute aus der G, da würde ich nicht mehr aufholen. Hätte ich halt nie eine Konkurrenzchance und da beim Surfstart eben schon, weil das dann eben, ja, noch von 1 zu 1 ist. Und, ja, ähm, jo, das war's jetzt mit dem Video. Ich hab jetzt am Ende wieder zu viel geredet und zu wenig gezeigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich schon was ins Klo geworfen hab. Das ist immer das Riskante mit den Epics. Dass ich, oh ho, der Toilettenbuck ist mal wieder da. Ähm, oh, das ist jetzt, ah, das ist ein Glücksepik. Das würde ich eigentlich wegwerfen, aber ich weiß nicht. Hab ich? Oh doch, heute hab ich schon was rein. Jetzt fällt es mir grad wieder ein. Epik, genau. Ah ja, genau, einen Turm kann ich auch mal wieder probieren. Oh, und den Turmleute hätte ich auch raten können. Mist, aber ich hab eh keinen Gehäut dafür. Und, oh, was? Was? Wie ging denn das jetzt? Wie konnte ich denn so viel abziehen, dann noch so krass verlieren? Naja, egal. Auf jeden Fall wäre ich geneigt zu Server 25, wie schon gesagt. Und, ja, also, was wollt ihr lieber sehen? Schreibt's einfach als Kommentar oder persönliche Nachricht. Und, ja, mehr gibt's jetzt nicht zu sagen. Und ich werde Dreamscape eventuell mal anschreiben, ob er dann auch mal ein Video mit mir als Gast machen wollen würde. Wenn nicht, das ist auch nicht so schlimm. Geht nicht die Welt von unter. Aber, ja, das wäre eben eine Chance. Auch beim Server starten, bei Server 7, wäre das dann wahrscheinlich nicht die Aussicht, dass ich da auch mal in ein Video reinkommen würde. Ähm, ja, also, das war's dann auch so insgesamt schon. Und, äh, wir sehen uns im nächsten Video, das wahrscheinlich wieder so lang werden wird, wie beim letzten Mal. Also, das sind jetzt wieder 40 Minuten und ich laber schon wieder zu viel. Also, haut rein, Leute. Ciao.